Willkommen zurück bei Skywim. Wir verbrennen das hier einfach mal eben. Wow, lag! Okay. Ach, Quatsch hier. Was ist das Feuer? Moment. Da ist das Schild. So. Wie eine Spitzhacke. Spinnen höre ich immer noch. Ich wollte doch gar keine Laterne nehmen. Wo ist denn die Laterne? Jetzt ist die hier. Weg mit der Laterne. Weg mit der Laterne. Okay, hier ist nichts. Es ist so still hier. Es ist zu still hier. Hier sind verrückte die Spinnen. Verzauberen. Verzauberen. Ja. Wenn der jetzt gut trifft. Ah. Ist da jemand? Ah. Wie seid ihr so weit gekommen? War schon alles? Wirklich? Doch. Tschüss. Schlüssel Soll ich euch noch mal leben lassen? Ich meine, macht ja nichts Ich habe da Glück gehabt Dafür brauche ich einen Schlüssel Ah, jetzt habe ich halt wieder Ja klar, stimmt, der Bogen Was hat der mit den Spinnen gemacht? Ich dachte, was für ein Freak Ist das Schild? Objekte, Bücher Haben wir schon? Haben wir schon So Der hat es auch echt nicht mehr alle Na gut, dann gehen wir raus Wo ist ein Serana eigentlich? Naja Ach du Scheiße Wo kommt ihr denn auf einmal her? Patsch Patsch Ja los, komm her Komm her Komm her und spüren Okay. Steck ein Schwert. Okay, Serana, wo bist du? Ich warte mal, die muss hier irgendwo. Das ist ja sehr gut. Was nun? Ich möchte... Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Okay, das hast du also. Dann gebe ich dir mal... Das beides? Das können wir auch wieder ein bisschen was tragen. Gut. Ähm... So, dann sind wir jetzt auch hier gleich draußen. Raus hier. Das glaube ich ja nicht. Noch eine Höhle. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde. Aber wenn ihr hineingehen wollt, freue ich euch. Oh, wie nett. Danke. So, wir gehen erstmal... ...zurück. Hallo? So. Hallo? Okay, hätten wir das auch geschafft. Festung, der mal wacht. Fluch. Hallo? Ja, ja. Wir haben auch ein Talent, immer dann hier anzukommen, wenn alle schlafen. Deswegen legen wir uns auch wieder hin. So. Und aufgestanden, weggeklingelt. Wo ist er? Vielleicht wieder hin? Ja. Ach. 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 Zuletzt. Oh. Na toll, Vampir meint. Meine Güte. Wir haben ein... Wir haben Huskal zu Hause. Und trotzdem wird er jetzt schon zum zweiten Mal entfügt. Was? Also... Was ist denn da los? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ja, da kann doch nicht sein. Naja. Spielen wir mal wieder den Helden. Oh Gott, da steht doch jemand. Ist es egal, woher wir gekommen sind? Denn du gehst nirgendswo mehr hin. Ha ha ha. Woher sind wir gekommen? Wohin werden wir gehen? Das ist die Frage, die wir uns stillen werden. So. 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 Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Oha. Oha. Was trampelt denn da so? Woher ist das? Okay. Das tut so nichts. Boah. Wo ist denn der Fürst? Der lag hier, oder? Warte mal. Bam! Wo ist sie? Opa! Da ist noch eine Truhe. Eigentlich hätte ich ja überall drüber geschossen. Egal. Da ist sie ja. So. Mein Schatz. Ich wusste, dass ihr nach mir suchen würdet. Ich wusste es einfach. Macht euch keine Sorgen. Mir geht es gut. Macht euch keine Sorgen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir sie retten. Hihi. Das ist gut. Das zweite Mal. Vielleicht sollte man ein bisschen aufpassen. Nur so als kleiner Tipp. Tja. Der ist weg. Hoppala. Oh. Und sprich mal seit langem wieder ein Dietrich ab. Ist doch mal was. So. da. Und raus hier. So. Okay. Zurück. Schwupp. 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 Und es ist natürlich wieder mal nachts. Wer hätte auch denn was anderes gedacht. Dann können wir auch direkt wieder schlafen gehen. Oha ist der Typ wach. Wo ist er? Der ist noch wach. Der ist noch wach. Hi. Arkay hat schon Jahre lang über mich. Ich weiß. Arkay hat mir von eurem Erfolg berichtet. Noch was. Sprecht mit Gunmar. Er hat etwas für euch. Gunmar. Gut. Wir werden uns bald wieder sprechen. Aber ich würde mal sagen. Wir reden. Im nächsten Part mit Gunmar. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Wieder hier hinten in unserem Bett. Drei Stunden. Und dann sehen wir uns. Ah. Wo ist er? Ne. Erstmal frühstücken. So. Okay Freund. Ich würde mal sagen. Das soll es für heute gewesen. Guten Tag Freund. Guten Tag Freund. Ist euch gut? Ge- Ge- Hallo. Ich rede gerade. Tja. So. Ich würde mal sagen Freund. Das soll es für heute gewesen sein. Im nächsten Part geht es weiter. Ich sage erstmal bis dahin. Und tschau.